Ich bin Manuela Steinebrunner, gebürtige Münchnerin, wohne seit sieben Jahren mit meinen drei Söhnen in Wasserburg. Inzwischen habe ich auch zwei Enkelkinder. Ich arbeite in der Altenpflege im Betreuungszentrum Wasserburg in der Burgau. Im Hinblick auf meine Enkelkinder ist mir besonders wichtig, dass wir eine halbwegs intakte und lebenswerte Stadt hinterlassen. Deshalb bin ich entschieden dagegen, dass gegenüber von der Stadt am anderen Innenufer eine Deponie entsteht, in der auch Asbest gelagert werden soll. Gerade ich als Großstädterin weiß es sehr zu schätzen, dass ich in wenigen Minuten von der Innenstadt in der freien Natur bin. Und wenn Ihnen das auch wichtig ist, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mich mit Ihrer Stimme unterstützen. Platz 10 auf der grünen Stadtratliste.